Moin Moin ihr Lieben, herzlich Willkommen zu KEDC Spotlight. Bevor wir richtig loslegen, hier der DJ Fail der Woche. Keine Ahnung wo dieses Video aufgenommen wurde, aber eins ist sicher, nach dem Ausnüchtern war die Rechnung bestimmt ein richtig dicker Schock. Und jetzt zu einem ganz anderen Fail. Es ist Frühling und die ersten Ballermann Acts kündigen sich an. Ex-Pornodarstellerin Mia Julia Brückner glaubt, dass sie den Ballermann-Hit des Jahres beisteuern kann. Mallorca Hier bin ich daheim heißt das Teil. Du bist der geilste Ort der Welt. Autotune for the win. Und auch Moderator Carsten Spengemann hat sich sein Fail-Hit produziert. Der hat sich seine Klatsche aber schon abgeholt. Salz auf die Eier. Wir wollen Salz auf die Eier. Black Summer ist ein elfjähriger Junge aus Australien. Er ist noch nicht alt genug um The Fast and the Furious im Kino zu sehen, aber vor 10.000 Leuten darf er schon auflegen. Seinen ersten Festivalauftritt hatte das Elektro Wunderkind beim Grooving The Moo Festival in Canberra. Dort spielte er seinen Song Toxic Nirvana. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er später Nicht schlecht für einen ersten Gig. Das finden wir auch. David Guetta gab letzte Woche ein Interview mit Larry King und redete dabei über seine Anfänge als Produzent und DJ. Aber auch darüber, wie Tiesto und Martin Garrix in Miami mit dem Boot in seinen Pier gecrashed sind. Der ganze Vorfall ist zwar schon ein bisschen her und das Video dazu kursierte auch schon länger im Netz. Aber jetzt wissen wir, was der Meister himself auch über den ganzen Vorfall denkt. Und jetzt die Short News. Eine ganz besondere Ehre hatte letzte Woche die Swedish House Mafia. Ihr Übertrack Don't You Worry Child wurde von der schwedischen Militärkapelle vor König Gustav XVI gespielt. Ohm Audio hat mit Hilfe von Crowdfunding einen schwebenden Lautsprecher entwickelt. Die kugelförmige Konstruktion wird über Bluetooth angesteuert. Doch leider wird das Teil im Moment noch für die Marktreife weiterentwickelt. Man kann es aber schon für 199 Dollar vorbestellen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Musikvideoproduktion leicht gemacht. The Master of Future House Oliver Heldens sucht neue Statisten für sein neuestes Musikvideo auf Instagram. Auch ihr könnt dabei sein. Alles was ihr dafür tun müsst, ist kurze Clips bei Instagram hochladen mit dem Hashtag BunnyDance. Die besten Clips kommen dann ins Musikvideo. The Prodigy habe in einem Interview mit der NME gesagt, dass sie aufhören wollen bevor sie zu alt werden. Laut Sänger Keith Flint könnte das schon relativ bald passieren. Am Samstag haben wir unseren Clip mit den besten EDM-Booty-Videos hochgeladen. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann klickt da unbedingt nochmal rein. Und auch heute gibt's den User-Track der Woche. Dieses Mal mit dem Neptunica Remix von meinem Song Gravity. Der Typ ist 14 Jahre alt. Respekt, ich fand's super. Wenn ihr uns auch mal was schicken wollt, dann einfach mit dem Betreff User-Track an info.kedc.endemol-beyond.de. Und wer sich das nicht merken konnte, der kann das Ganze nochmal nachlesen in der Videobeschreibung. Und Leute, vergesst nicht unser Gewinnspiel. Wir haben immer noch den Toyota Aigo, die Tomorrowland Tickets, die iWatch und eine PS4. Das war's aber heute erstmal von mir. Wir sehen uns Samstag wieder und das letzte Wort hat Robin Schulz. Mein Name ist Robin Schulz und ihr seht KEDC TV. In dem Poland hou so aus! Ich bekomme diesen Dutter 7あgen.